Hallo und herzlich willkommen in der Manufaktur 512, Ihrem Fachgeschäft für modische Unikate und einzigartige Accessoires für Damen, Herren und Paare in Bielefeld. Wir bieten Ihnen von der Fliege, Krawatte und No-Ties, über Schals und Tücher bis hin zu individuellen Kleidungsstücken in liebevoller Handarbeit gefertigte Textilien in bester Qualität. Gerne stehen Ihnen Inhaberin Rebecca Tegtmeier und Ihr Team jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und fertigen auf Wunsch Ihr ganz individuelles Lieblingsstück nach Maß an. Stöbern Sie in unserem umfangreichen Sortiment und entdecken Sie liebevoll ausgewählte Accessoires und neue Fashion-Highlights. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!